Guten Tag miteinander, schätzte Wählerinnen und Wähler. Wenn ihr an diesem Wochenende nicht in einer Stadt-Innen-Gruppe essen müsst ihr ins wunderschöne Murtital hinein gehen. So bist du im Kanton Schweiz, im Herzen der Schweiz. Dort ist der internationale Käsemarkt. Ihr könnt dort degustieren, probieren, kaufen, einen Kaffee saufen oder einen Cocky. Brauchtum erleben, potest du eine Musik hören, ein bisschen blöderen und den Alltag vergessen. Essen bis am Wochenende. Übrigens sollte man dann vielleicht die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Parkplätze hättet in Murtitalina weniger als die Kühe. Danke.